6 ist 7 also mehr wie 7 sehe ich nicht würde gehen erstes muss ich dir am MG wegholen sag Bescheid wenn du fertig bist ich bin fertig ich bin startklar bin alles voll grün, zitter nicht mehr 400m habe ich gestellt ich versuche jetzt mal den am MG weg zu holen wo liegst du? ich sitze neben dem Auto links von dir können die mich ja wegnatschen? weiß ich nicht also wenn du reinzoomst seh ich pass auf ich knall den jetzt weg am MG warte mal ich leg mich mal lieber hin ich sehe sie ja ob sie gerammelt kommen so Einer rammelt links in euch im Wald Achtung ich schieße knapp drüber hätte er gekriegt nicht umgefallen über tot einer ist tot ich halte links ich halte links in die Auge die wissen noch nicht wo es herkommt ich muss tief halten hast du ein Fanglas dabei? ja guck doch mit dem Fanglas lieber ne da habe ich schon keine Waffe zur Hand nix ich habe links im Wald da habe ich schon ein Visier er müsste auch down sein nicht getroffen noch einer down hinten fährt er noch mit einem Moped lang ein Sniper das darf jetzt nicht wahr sein wir kennen mehr doch hier oben links im Wald sind sie rein Mike laufen links Richtung Wald ah hier ist noch einer noch ist leer wie viele habe ich getötet zwei oder drei zwei machen wir jetzt ich schieße jetzt warte mal warte mal nichts einfach irgendwas machen du musst doch erstmal warten bis ich mich wieder ausgerüstet habe alter ich kann doch jetzt mit der Waffe hier nichts machen ist doch leer können wir sie wenigstens noch verkaufen so jetzt nehme ich mal die M-Dingsterbums da M43CCO und dann habe ich noch die andere Waffe wo ist die andere Waffe? wo ist die andere Waffe? ein Starnack-Magazin Och Mensch es nervt jetzt langsam die Waffe so und dann können wir versuchen die jetzt wegzunatzen komm sind in den Wald von dir aus wie du liegst 10 Uhr genau da wo wir lang gelaufen sind alle oder nur einer kommt hoch ja ich sehe hier einen im Wald die suchen uns lass doch mal ein wenig rankommen dass wir sie auch treffen der eine ist hier hinterm Baum die wissen noch nicht wo wir sind die sind es wie habe ich den jetzt getötet? zwei oder drei? zwei oder drei hast du getötet also einer ist bei mir genau in der Luft Schusslinie ich pass auf da kommt der nächste da unten warte mal die kommen hoch wir lassen sie mal ein bisschen rankommen Jock lassen wir sie auch treffen das sieht gleich aus als das anfangen mit ballern aber ich weiß nicht ich weiß nicht ob da noch was ist wenn wir sie ins kreuzfeuer nehmen aber wenn ich jetzt aufstehe sehen sie mich ist egal ich hoffe mal die ballern die ballern kann es passieren dass die karke kaputt geht also müssen uns verteidigen irgendwie das ist immer sehen also jetzt wissen sie wo muss hin da kommen auch vor und ich sehe bloß kennen mehr hier muss ich da hochhalten alter jetzt dauern oder was näher bewegte ich noch erkennen dass die waffe trifft net entfernen kommt der nächste ein sniper ist das da unten kommt auch noch einer scheiße von unten kommt auch noch einer jörg sie ist ganz dumm was wir jetzt hier machen aber ich habe ich habe aber genug schuss nehmen wir müssen herankommen lassen pass auf dass sie sich nicht von der seite irgendwie treffen ich kann auch wenn ballern ich habe noch munition sie den ihnen an die nicht so weit raus wissen nicht wo ich ihn schieß er ist da und einer ist noch da einer ist da und er liegt dort im dreck da unten ist auch noch einer alle beim wald drüben muss das gucken dass sie nicht von links oder so kommen da bin ich glaube ich bin ich dran der ist sauber immer mit der ruhe geht das alles hier einer ist schon weniger der steht hier sinnlos da habe ich jetzt getroffen nicht aufs auto ihr spaßten das explodiert auch also wo kommt das her wir müssen wir müssen ja weg komm weg 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 jetzt weg jetzt weg jetzt weg jetzt haben sie aufgehört wo gehen wir hin wo gehen wir ja genau ja genau ähm so oben ist eine mauer ist dass das haus hoch geht wirst du müssen halt gucken ob sie uns hinterher kommen oder nicht aber jetzt hängt er hier es ist nicht dass die kochen hoch geht alter da unten ist er 12 Uhr wo ich ihn guck läuft links rüber Ballon aufs Auto merkst du ich will nicht ob ich ihn treff von hier ich sehe ihn nicht Alter Alter Falter hinlegen hinlegen ich habe nicht gesehen den spaßt so wie ich jetzt gucke 12 Uhr ist das scheiß Stellung wenn du jetzt hoch gehst ich habe nicht gesehen immer noch nicht den spaßt ach das darf nicht wahr sein ich sehe die nicht nimmst du es wenigstens auf naja ich sehe hier kein Schwein alter jetzt sehe ich da unten da unten ist auch weit weg jetzt kommt er jetzt kommt er Richtung Auto Richtung Auto kommt er roten läuft er genau drauf zu jetzt geht er wieder links ich sehe nix hier eine scheiße er jetzt guckt er genau hier hoch hast du hingelegt warte mal ich sehe nix scheiß bischen mhm so jetzt ist kein Auto ja jetzt ist bisschen links ne links ist er bisschen links hinter dem Baum ist auch einer ja den mein ich doch dahinter steht auch noch einer um Auto mal kurz stehen wenn es den wegnetzen kann einer da meine geht auch bis vor leg dich hin was machst du denn du ich leg doch ne ich mein nicht ich mein mich also aufgestanden also meine schlägt komplett bis vor die fallen nicht runter also ich kann nicht ja bei mir auch ziemlich genau ähm ich weiß jetzt bloß nicht wo der Rest ist ähm wie sieht's denn hier oben aus hm das ist auch doof also ich sehe halt nichts weiter an NPCs es müssten noch drei oder vierer müssten es noch sein ungefähr ungefähr ein Aschenbecher brennt ach ne da unten es rennt einer rennt jetzt wieder runter direkt zum 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 Dings da wisst schon wie es hieß mhm pass mal auf ich würd sagen wir rennen jetzt erstmal hier drüber zu der anderen Baumgruppe oder ja und auf oh ich schieß schon oh 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 ich versuch's versuch's ich liege ich liege dir was passiert da unten ist auch noch inner ein Wald oder ne alles in Ordnung glaub ich ok hast du gesehen ob der am MG sitzt oder was ne ich liege ja im Bus ich seh ja nix hm ja getroffen hat er dich nicht nein ist alles super jetzt versuche ich hier hoch zu der Rolle zu rammeln wo ist denn der andere Affe wo ist denn der andere Affe so wo kam das her da unten rennt einer da unten rennt einer ja 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 da ist er down gut bei mir hier alles frei den geseitert da ist aber noch einen sniper ich finde ihn aber nicht mehr da wird irgendwo liegen renne ich mal da rüber jetzt renne ich mal da rüber jetzt zu der nächsten Rolle äh ich seh ne ich seh ne ich seh ne den Spast wo liegt der ungefähr ne der rennt rennt nachladen da kommt wo hier hoch der Trottel da steht er da steht er jetzt steht er down hast du mitgezählt ja waren jetzt ungefähr sechse im Wald komm mal hier rüber zu mir ich komm gerammelt gell ich bin hinter der nächsten Baumreihe guck mal hier ich nehm mal guck mal mit dem Fahnglas ob ich noch irgendwas sehe ich weiß nicht ob es das alle waren so jetzt bin ich hier in der Baumreihe an der zweiten jetzt sehe ich hier Strohrollen Mike ja das hier drüben sind noch Strohrollen wo bist denn du naja an der Baumreihe sie es mit ich siehst du mich nö na da oben räufste doch guck doch mal hier rüber hinter ner Strohrolle sitz ich ach da ja ja ich seh ich alle hat er abgeguckt nur die nicht wo ich sitz alter lol ja ich weiß noch nicht ob hier noch was ist das werden wir gleich sehen ich rammel jetzt zur nächsten ich geh jetzt zur linken gib mal Feuerschutz mein Freund wenn du irgendwo was siehst ne da rammelt er auch runter ja ich wollte grad sagen ich renne auch mhm danke fürs Feuerschutz bitte 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 er scheint sauer zu sein kann das sein da oben 3 da unten 2 sind ja schon 5 ich glaub das waren sie oder müssen wir halt mal vorsichtig machen jetzt ja ne da unten rennt noch einer da unten steht noch einer am MG natürlich da unten hat nicht mal geschossen der Boon alter Tja die Karre ist wirklich geil die Knorre wenn wir auch an die MGs rein stimmt ja weiß ich nicht also ich seh hier nichts weiter muss es ja jetzt gewesen sein oder mehr waren es noch nicht ne wir rennen jetzt einfach mal runter da muss es halt unten in den Feuerschutz geben ähm jetzt ist natürlich die Frage was machen wir jetzt weil wir müssen eigentlich das Fahrzeug hier ne linke Seite ist sauer oder nicht na das Fahrzeug ist doch hier vorne ich loot jetzt erstmal ja wir looten erstmal und holen wir fix das Fahrzeug erstmal bissl was mitnehmen mhm hier liegen tote ich leg mich mal zum Rucksack öffnen da ist grad ein D-Sink aber das geht nur sonst gehts technischer Beutel öffnen die haben alle nix im Rucksack die Spasten an der Kiste hier nix drin ne alter guck mal was jetzt passiert was ist denn das für ein Dreck können wir nur die Kunden looten müssen wir die Kunden looten Jörg nix 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 hier liegt zum Beispiel ne Waffe echt? bei mir grad eben nicht nix 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 ehhh nix 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 hat noch mal starnak 4 alter so muss das sein holt vor allem ins fahrzeug ja ich krieg nicht mal unter warte mal ich auch nicht warte mal hier ist aber noch ein bisschen was krieg ich noch unter das ging ab p hat er hier pkm magazin dazu ich habe nicht unter was hat er noch lagistani soldier so die anderen waren hier oben im wald ja dann würde ich ja lang latschen genau ich habe jetzt erst mal genug klamotten oder mal zwischen sich mal umziehen das ist mal ja ich will auch die klamotten ja warte mal ich habe ja wenn die tat und dann habe ich doch ich habe noch was aufgenommen kamo clothing weg die andere scheiße hin warte mal schlägt die mal hier hin das glaube ich die aber die die ich hatte das ist egal aufnehmen und dann rechtsklick und dann anziehen weiß ich doch aber wenn es mal gehen würde also mag aufzuhören auch ist das schon wieder nervig ist mama mama fürst bürzeln abschneiden abschneiden es gibt das bürzeln geht so meistens rechtsklick was soll ich machen nach rechtsklick an ja ich hoffe mein zeug ist nicht weg hat mir gerade rucksack aufgeblinkt gerade ne ist noch alles da gott sei dank das ist normal kommen wir holen ins fahrzeug also magazine habe ich jetzt genug alter ja das machen wir in zukunft nur noch so jetzt packen wir die waffen ein und mal gucken ob man die waffen verkaufen kann das m24 was ich hatte bringt schon mal was brauchen wir nun mal hat kein magazine mehr und hast du gesehen mit der waffe was ich habe alter das ist die cco die liegt noch vorne bei dem anderen die kannst du dir auch nehmen die ist wirklich gut wir wollen jetzt aber das fahrzeug wo standen die scheiße aus informieren daher was sehen würde immer so schön ist doch schön was ist das war weit ja ja es war sehr weit 500 meter waren das 900 wundervoll ja wir müssen das wirklich so machen wir müssen ja ein bisschen rankommen lassen und b wenn der andere irgendwo hin rennt muss der andere hocken bleiben vollschutz geben wie du schon gesagt hast vorhin und der andere kann dann gucken wo der überhaupt hin rennt weil wenn du dann dort liegst und brauchst vielleicht eine blutrenserve oder irgendwas und hast keine mehr dann kann ich kommen und kann dir eine geben und umgedreht ich fahre mich wo ich schon wieder rumrammeln ich weiß wo ich rumrammeln aber ich weiß nicht ob das auto hier war oder hier war war doch in so einer baumreihe allee oder ja ich weiß aber nicht welche sind drei stück glaub in der obersten hier auch in der obersten da war doch hier stein und abgestoßen haben ja wenn du schon so wie wir gehen wir uns auf zweite mission und langsam mal uns das gerät zu kaufen was wir brauchen um zu bauen ja 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 wir sind angekommen jetzt geht es hier schon auf heute ich tue mich hier mit dem Zombies beschäftigt und habe mal gemacht den Rest ich sehe es doch schon genau markieren das schmähler zahlen gut ja habe oben ist es ja bin genau drauf erst mal gucken wie viele sind ja das sehe ich mit der sniper nix jetzt sollte das inner sein oder was immer nicht in ähnlichen sehe ich da in ähnlichen alter was soll das sein rechts im vorzeug da ich sehe er hat er für ein fahrzeug und das war mit dem fangglas wenn der liebte erinnern oder meist guck mal nach oben der büschelung und sniper liegt er kann ich sein nur ein inselner der fahrer schenzen bis hier im schacht es ist wirklich zu sehen oder was wir haben ja noch nicht geholt da wurden auch einige stunden ich habe es auch gemacht wenn wir die weg es ist gut wie zum buch noch nach 500 meter ich regiere es mit den zombies mit dem stück da ach da jetzt rennt er umrennt er jetzt schon wieder wir lassen worden bis liegt so jetzt oh alter bleib liegen du spaßt naja mehr mehr zeit freilich gut achten schieße gut gut Zombies Zombies mein Gott so mehr Euro und das haben wir sehr in der Hand das stelle immer vor mir und auch immer und jetzt noch ein aber die erste Jahr achten die Jahre erscheint nichts weiter zu sein dass nur der fahrer das ist da einfache missionen alter oder dabei die grünen na klar grün ist einfach mittel und und rot war schwer aus der logik sind wir deppen na hoffentlich ich hab mal in der zeit wo du nicht da warst hab schon aufgespürt und in der karte quatsch kann nicht sein freilich haben sie abgestellt die von am besten jeweils abgestellt oder mehr ich guck trotzdem hier oben steht es doch du depp du bist mir doof das hat mir ja gehört ähm was wollte ich jetzt sagen ich hab mal aufgeschrieben was es gibt zum beispiel für eine m14 im sniper gibt es 10 gold für eine mk 48 maschinengewehr das gibt es 10 gold für eine pkps maschinengewehr 10 gold pkm maschinengewehr 10 gold wo bist du die m40 a3 das bringt 6 gold und hier ist eine sr 58 v habe ich nicht auf dem zettel und hier bist du auch da als autos geht es wohl nicht nichts drin nix drin müssen wir wegfahren wieder hinfahren oder fahren auch so oder ist hier ne es kann an dem oral hier was sein ach so es kann an dem oral liegen ja ich sehe nämlich als dmd ne moral ist nix moral ist nix also ich sehe hier nichts mehr hier habe ich gerade eine dmd gesehen wo ich hier stande ja das war dann was am fahrzeug da ist nicht dein themm noch eine drinne wenn wir extra wieder hinfahren natürlich doof ich war übrigens noch mal dort bei denen und da lagen alle leichen waren weg außer die die zwerg die immer gelootet haben also wenn du die dann nicht gut ist sind sie verschwunden nach ankommen zeit und zwar doch nicht nur auf der karte angezeigt aber die kiste und so was war noch da wo das war letztes überlebende hier aber was ja ja mal wenn sie eine waffe mit sechs gold das ist wie nischt oder wir müssen da ist nix drin nichts drin es ist ja auch nicht ohne sonst wir müssen mal weglatschen wollen wir auch gelatscht kann doch nicht ohne grund dastehen die kiste muss noch was drin ist weil ich und und so waffen eigentlich das geht eigentlich wenn wir zehn waffen mit sechs gold verkaufen haben wir ja 60 gold schon und wir haben ja schon einmal 10 oz und 6 gold wir brauchen im prinzip jetzt nur noch und ach ne schau'n 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 auf der anderen seite bitte jörg rechts ist nix und links auf der anderen seite ich bin dabei ich kann nicht hexen ist doch alles frei hier man jörg oh gut MENSCH was ist denn das für ein scheiß haus da kommt man nicht ran eh Oh 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 oh! Hast du oder was? Ja! Das hat sich so geklatscht. Krieg nix den Spaß. Ja. Noch einer da und zwei da und schon. Ich hab auch noch zwei. Hier ist einer! Hab ihn! Hab ihn! Oh, da kriegst du noch, die Drecksau. Dann mal zum Auto. Der steht. Scheiße, ich hab den nicht gekriegt. Da kriegst du noch. Hier kommt einer. Ja, hier kommt einer gerammelt, Alter. Wo? Wo sind die jetzt hin? Da war das Zombie. War das schon? Ich weiß, hinten kriegst du noch irgendwo einer. Aber der ist über die Kuppe gekrochen, die Drecksau. Wo ist der hin? Nimmst du auf? Ja, 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 ja. Ach, schön. Seh nix. Sehst du da vorne, ne? Ich bin am Auto hier, ja, freilich. Hinter dir, komm da, hinter dir. Hinter mir. Geh hinter mir. Wo bist denn du jetzt, äh? Ich war in dem Auto dort. Bist du das jetzt, äh, hier? Auto, Auto, ich bin bei dem weißen Auto, bin ich. Da war ich doch die ganze Zeit. Da sagst du hinter mir. Die schießen, ne? Die schießen, ne? Geh runter. Down. Ach, komm, ey. Es ist sinnlos mit dir. Na, wieso denn? Wieso denn mit mir? Ich hab gesagt, ich bin am Auto. Du stehst doch genau daneben. Da muss man doch mal mit den Klötzen. Weil unten sind auch welche am Maschinengewehr rumgerammelt. Am Auto. Ich seh nicht mal das Maschinengewehr. Da siehst du mal, hast du von der Grafik hergestellt. Da brauchst du meine Grafik langsam mal ein bisschen hochschrauben. Das ist ein blödes Gelatsch, ey. Komisch, weil ich hab da unten jeden gesehen. Und unten stehen noch drei Mann, vier Mann, ey. Ja, ich seh sie jetzt, ey. Na, guten Morgen. Ist zu spät. Das ist ein blödes Gelatsch, ey. Das ist ein blödes Gelatsch, ey. Das ist ein blödes Gelatsch, ey.